Ich bin Dirk Deimecke, ich bin 2008 in die Schweiz ausgewandert, komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, ich bin kein Flüchtling, sondern bin aus beruflichen Gründen dahin gegangen. Ich benutze Serendipity, die Blog-Software, seit 2005, also relativ lange, und lange genug, um was darüber erzählen zu können. Ich bin reiner Benutzer, ich programmiere nicht. Ich bin eines der Beispiele, dass man sich bei Open-Source-Projekten engagieren kann, ohne dass man programmieren können muss. Alles Weitere auf der Homepage d5.org, da könnt ihr mal gucken, da sind auch Links auf andere Sachen, die ich gemacht habe. Genau, Serendipity ist eigentlich ein Begriff, der schon relativ alt ist. Serendip ist der alte Name von Cylon. Und Serendipity beschreibt als Begriff Zufallsfünde, dass man etwas findet, man hat irgendwas gesucht, man findet irgendwas anderes, was toll ist. Ich finde, das ist ein sehr cooler Name für ein Programm, erst mal. Ist nicht auf mein Mist gewachsen, das haben die Entwickler vorher gemacht. Die Wikipedia sagt natürlich auch was dazu. Man findet etwas, was man nicht gesucht hat, und das ist überraschend gut. Für die Dauer dieses Vortrags ist Serendipity, oder kurz S9Y, ihr kennt das Prinzip. S vorne, neun Buchstaben, am Ende ein Y. Cylon ist für die Dauer des Vortrags eine Software, mit der man einen Weblog betreiben kann. Ich bin ein großer Vertreter davon, dass es das Block heißt und nicht der Block. Immer wenn irgendwer der Block sagt, stirbt irgendwo ein Kätzchen. Der Duden sieht es auch anders, der Duden erlaubt nämlich, dass es der oder das Block heißen soll, aber ich bin ein großer Fan von das Block, weil es das Weblog ist, nicht der Weblog. Aber jedem das Seine. Sprich, Serendipity, ihr habt es nicht gesucht, aber da ihr heute da seid, habt ihr es gefunden. Serendipity gibt es mittlerweile, mittlerweile seit 2002 ist es auch sehr schön, nein, Serendipity gibt es seit 2002, ist damit 15 Jahre alt in diesem Jahr. Wie man an den Versionen sehen kann, wird es sehr, sehr konservativ versioniert. Version 1 ist vier Jahre nach dem ersten Erscheinen von Serendipity erschienen. Version 2.0 ist dann neun Jahre später tatsächlich gekommen, mit einer kompletten Überarbeitung der Blockengine und einer Umstellung auf responsives Design und responsives Backend. Und aktuell ist die Version 2.1.1. Das, was Serendipity besonders macht, ist, dass es eine Blockengine ist. Nichts anderes. Es ist dafür gemacht, Weblogs zu machen. Es ist nicht wie WordPress ein CMS oder wie Joomla ein CMS mit Blockfunktion. Es ist einfach eine Weblog-Software, ein Block. Es gibt pro Aufgabe ein Plugin. Es gibt nicht wie bei WordPress zum Beispiel pro Aufgabe, die man hat, 75 Plugins. Sondern es gibt genau ein Plugin pro Aufgabe. Es gibt eine Ausnahme, das ist Anti-Spam. Es gibt drei oder vier Anti-Spam-Plugins, die man installieren kann und nutzen kann. Aber das ist auch die einzige Ausnahme. Ansonsten wird versucht, wenn es neue Feature-Requests gibt, diese Feature-Requests in das Plugin einzubauen, das es bereits gibt. Es zeichnet sich aus durch langfristige Stabilität. Das sagen alle Projekte, aber wir können das auch beweisen, weil es gibt Weblogs, die es schon sehr lange gibt und die immer auf der gleichen Code-Basis arbeiten und auch funktionieren. Und es ist mit einer BSD-Lizenz auch maximal frei, wenn man so will. Als Beispiel mag mein eigenes Block gelten. Dierks Logbuch gibt es seit 2005, damit zwölf Jahre. Es ist immer noch die gleiche Installation wie zu Beginn. Also gleiche Installation bedeutet, dass ich es natürlich regelmäßig aktualisiert habe, aber ich habe jetzt nichts an der Konfiguration großartig geändert, sondern ich habe immer weiter aktualisiert. Ich habe Themes mehrfach gewechselt, quasi Tapetenwechsel, wenn man so möchte. Ich habe es regelmäßig aktualisiert. Es geht einfach dadurch, dass man eine ZIP-Datei oder eine TAGZ-Datei auspackt und die Inhalte da reinkopiert. Beim nächsten Aufruf der URL wird gefragt, ob man aktualisieren möchte. Man drückt auf OK und dann ist das aktualisiert. Die neuesten Versionen lassen sich auch direkt aus dem Backend aktualisieren. Aber wie gesagt, es ist die gleiche Installation ohne große Änderungen. Die läuft seitdem in eins durch. Also Plugins habe ich auch verschiedene, schon eigentlich fast alle ausprobiert und bin beim Satz von Plugins geblieben, mit denen ich gerade gut zurechtkomme. Das Block selber hat schon einige Provider- und Technologiewechsel hinter sich. Neue Apache-Versionen, neue Datenbank-Versionen, neue PHP-Versionen und immer mit dem gleichen Code und immer gleichzeitig auch durchaktualisiert. Von MySQL auf MariaDB gewechselt, ohne Probleme und ohne, dass irgendwas anderes umgestellt hätte werden müssen, weil es durch einen Updater erkannt wurde, was da neu läuft und was da neu funktioniert. Demnächst gibt es wieder einen Wechsel. Ich möchte migrieren und ich möchte auf Nginx mit PHP 7 wechseln. Momentan läuft das auf CentOS mit PHP 5.6. Datenbank wechsle ich nicht. Da bin ich mit MariaDB sehr zufrieden. Aber das sollte hoffentlich auch problemlos sein, sonst werdet ihr irgendwelche Flüche bei mir im Blog lesen, wenn es nicht funktionieren sollte. Wenn es dann überhaupt noch läuft. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. S9Y steht für Verlässlichkeit. Das habt ihr an einem sehr, sehr konservativen Versionierungsthema gesehen. Wir sind sehr, sehr sparsam darin, neue Versionen zu veröffentlichen. Es gibt immer kleine Änderungen und wir versuchen immer so rückwärtskompatibel wie möglich zu sein. Das hat sich mit Version 2.0 jetzt geändert. Mit Version 2.0 ist die Unterstützung für PHP 5.4 rausgeflogen. Wir setzen momentan PHP 5.6 voraus. Aber wir haben uns sehr schwer damit getan, weil wir die auch noch unterstützen wollten eigentlich. Aber irgendwann war auch Zeit für einen Wechsel. Es ist sicher. Relativ sicher. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Wir haben das große Glück, dass es einige Security-Firmen gibt, die sich Serendipity als Objekt ihrer Begierde ausgesucht haben und da regelmäßig Audits drüber fahren und uns sehr schnell informieren, wenn sie irgendwelche Sicherheitslücken finden. Und die Sicherheitslücken, wenn sie gefunden sind, sind innerhalb von einem bis zwei Tagen gefixt und auch tatsächlich auf den aktuellen Stand gebracht. Deswegen gibt es relativ viele Minor-Versionen, um das halt zu reflektieren. Sehr, sehr viel ist es auch zu viel gesagt. Die letzte Minor-Version ist vor vier Monaten, glaube ich, rausgekommen. Seitdem hat sich nicht mehr so viel getan. Es ist sehr gut erweiterbar. Es hat eine sehr gute Plug-In-Architektur. Ihr könnt selber Plug-In schreiben. Ihr könnt aber auch die Plug-Ins, die da sind, erweitern. Das ganze Projekt, die ich auf GitHub habe, die Adressen sage ich euch gleich noch. Und ihr könnt euch dann mit Pull-Requests beteiligen, wenn ihr wollt. Neue Entwickler und neue Leute, die beitragen, sind wirklich sehr gerne gesehen. Und ist benutzerfreundlich, das behaupte ich nicht nur, das zeige ich gleich auch. Ich habe eine Live-Demo vorgesehen. Und dass ihr euch davon überzeugen könnt, wie das Ganze funktioniert. Es gibt einen Menschen, der sich Host-Blogger nennt, Manuel Schmidt, der ist Chef der Firma Manitou, der auch sehr, sehr lange schon Serendipity benutzt, auch über zehn Jahre. Und der ganz klar sagt, wenn es ums reine Bloggen geht, sollte man sich vielleicht mal Serendipity angucken. Wir sagen nicht, dass wir das Beste sind, aber wir glauben, dass wir eine sehr gute Alternative sind. Wenn man ein CMS braucht, dann ist Serendipity in jedem Fall das Falsche. Das gleich zur Warnung gesagt. Dann braucht man sich damit gar nicht erst auseinander. Fürs reine Bloggen ist es super. Kleiner Fun-Fact am Rande. Der Erfinder von PHP nutzt auch Serendipity als Blog. Sogar mit dem Standard-Theme. Die Voraussetzungen sind relativ klein. PHP wenigstens in Version 5.6, wie gesagt, seit Version 2.0. Als Datenbanken MariaDB oder MySQL oder MySQL bevorzugt. PostgreSQL wird auch unterstützt. SQLite geht auch, wenn man möchte. Es gibt einige Blocks, die es tatsächlich SQLite benutzen. Sollte man gar nicht meinen. Dazu werden ein paar PHP-Module gebraucht. Das zeige ich gleich auf dem Installationsbildschirm. Da wird man darauf hingewiesen, welche Module noch installiert werden sollten. Das habe ich jetzt hier nicht extra auf dieser Folie aufgenommen. Man kann mit einem eingebauten What-You-See-Is-What-You-Get-Editor seine Blogartikel schreiben. Man kann aber auch reines Textteil benutzen, Markdown. Heute Morgen hat mich jemand darauf angesprochen, dass ASCII-Doc eigentlich sehr schön wäre. Da werde ich mal fragen, ob wir ASCII-Doc auch noch unterstützen können. Wenn es da Leute gibt, die das wirklich nutzen, wird es das Plugin sicherlich auch noch geben. Dann kann man halt auch ASCII-Doc machen oder XHTML. So ein Minimal-HTML-Zeugs. Genau. Ich benutze XHTML. Ich kenne einige Leute, die das andere benutzen. Es ist für jeden etwas dabei. Plugins. Wir haben zwei verschiedene Arten von Plugins. Einmal Seitenleiten-Plugins. In einem anderen Block-System heißen die Widgets, die auf dem Frontend zu sehen sind und in der Seitenleite sind oder in beiden Seitenleisten sind. Es gibt auch Themes mit zwei Seitenleisten. Da kann man sich entscheiden, ob man auf der linken oder rechten Seite sehen möchte. Also wie man es halt gewohnt ist von anderen Sachen. Fragen zwischen welchen Sortieren? Immer. Jederzeit gerne. Ja, habe ich am Anfang nicht gesagt. Wenn ihr Fragen habt, bitte immer zwischenfragen. Zu der Folge vorher mit der verschiedenen Möglichkeiten, die Formatierung anzubringen. Kann man zwischen den Formaten umschalten? Ja. Man kann mehrere Plugins installieren und man kann... Oh ja, Entschuldigung. Also die Frage war, ob man bei den Plugins zwischen mehreren Plugins umschalten kann. Ja, man kann zwischen mehreren Plugins umschalten. Man kann pro Artikel sagen, mit welchem Plugin der gerendert werden soll. Was nicht geht, ist die komplette Historie eines Blocks wieder neu rendern zu lassen. Zu sagen, ich stelle jetzt mein komplettes Block von Textile auf XHTML um. Das funktioniert nicht. Ja. Aber ansonsten kann man pro Artikel sagen, dass es mit diesem oder jedem Plugin gerendert werden soll. Das geht. Ereignis-Plugins für alles andere. Es gibt verschiedene Hooks, in die sich Plugins reinklemmen können. Da spielt die Reihenfolge der Plugins eine Rolle, wie man sie installiert hat oder wie man sie verschoben hat. Man kann sie verschieben. Und da kann man auch seine eigenen Plugins reinhängen, wenn man mag. Ich zeige das gleich am Beispiel. Es gibt noch Spartacus. In der Basisversion von Serendipity, wenn man es installiert, ist nur ein ganz kleiner Satz an Plugins installiert. Es gibt das Spartacus-System. Das Spartacus-System ist nichts anderes, als Plugins aus dem Netz ziehen. Das ist ein eigenes Plugin, was man installieren muss, wie fast immer bei Ereignis-Plugins. Und wenn man das installiert hat, dann hat man Zugriff auf die ganzen Plugins, die auch im Netz liegen. Das ist auch das, was wir gleich als erstes nach der Installation von dem Blog machen werden. Es gibt natürlich bei einer kleinen Blockengine, die von wenigen Leuten benutzt wird und mit einem kleinen Entwicklerteam betrieben wird, den großen Nachteil, dass es sehr, sehr wenige Themes gibt, weil Mangelware ist, das gute Designer zu bekommen. Wir haben einen direkt im Projekt, der viele Sachen designt. Wir haben noch jemand anderen aus den Staaten, der Themes designt. Aber ansonsten ist die Auswahl an Themes oder an aktuellen Themes, die auch noch responsiv sind, leider sehr gering. Anpassungen sind leicht zu machen. Das kann selbst ich und das will was heißen. Und man kriegt im Forum sehr gute Unterstützung, wenn man sich überlegt, was man da umsetzen möchte. Ja, jetzt ist an der Zeit, eine kleine Demo zu zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe auf diesem Rechner hier einen virtuellen Server laufen, der mit Ubuntu läuft und wo ich einfach das Serendipity reinkopiert habe. Das, was ihr jetzt seht, ist, dass alles grün ist. Oben sagt er auch, all required files verified. Das heißt, dass die Version, die da ist, mit allen Dateien dem entspricht, was von der offiziellen Stelle vertrieben wurde. Das Operating System, das es angegeben wird, ist eigentlich nur ein Gimmick, das braucht man nicht. Das SAP ist angegeben. Hier steht noch 5.3 drin, das sollten wir ändern. Da läuft ein PHP 7 drauf, eben auch Ubuntu. Ich habe mal die drei Datenbank-Extensions für Postgres, SQLite und MySQL installiert. Wir brauchen die Session-Extension von PHP. Sie ist, glaube ich, im Standard-PAP-Code tatsächlich drin. Das ist ein Standardmodul, was bereits vorhanden ist. Ich habe die GD-Lib-Extension nachinstallieren müssen. Das war PHP-GD oder PHP 7.0-GD. Open SSL habe ich noch installiert. MB-String musste ich installieren. iConf war wieder dabei, Z-Lib war dabei und ImageMagic habe ich auch von Hand installiert. Von den Variablen, die ihr unten in der PHP-Inni seht, die eingestellt werden sollten, habe ich nur diese beiden Sizes anpassen müssen. Post-Max-Size war, glaube ich, auf 2 MB oder auf 8 MB. Das habe ich auf 10 MB gehoben. Und Upload-Max-File-Size war auf 8 MB und das habe ich auf 10 MB gehoben. Also diese beiden Werte mussten von mir angepasst werden. Alles andere war schon so gesetzt, wie es sollte. Diese Werte wurden aber in Gelb angemahnt. Das heißt, es wäre auch mit den kleineren Einstellungen gelaufen. Da hätte man nichts ändern müssen, wenn man nicht gewollt hätte. Es wird auch noch geprüft, ob bestimmte Verzeichnisse schreibbar sind. Das war www.html. Das ist das Standardverzeichnis, wo Ubuntu halt Webseiten ablegt. Muss schreibbar sein, weil da eine Datei mit der Konfiguration abgelegt wird. Der Templates-Cache wird dort abgelegt, um Sachen schneller rendern zu können. Archives, das sind so archivierte Artikel. Plugins sind halt die Plugins und Uploads. Da kommen die Mediendaten hin, wenn man Bilder in seinen Blog einbauen möchte. Und er benutzt halt das Image-Magic-Binary, um Grafiken umwandeln zu können. Und er guckt, ob es executable ist, ob der User, der Apigee-User das auch wirklich benutzen kann. Ich klicke mal kurz auf Expert, um euch zu zeigen, dass man sehr viel schon bei der Installation konfigurieren kann. Wir gehen aber gleich mit der Simple Installation weiter. Man kann also die Datenbank einstellen, so wie man es kennt von vielen Programmen. Man kann hier direkt sagen, in welchem Faden das Ganze abgelegt werden soll. Permalinks sind wichtig, weil von Google sich ständig ändernde Seiten sehr viel schlechter gerankt werden. Deswegen sollte man schauen, dass man permanente Links hat. Die gleich bleiben, auch über längeren Zeitraum. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Parameter hier ein. Man kann einen Usernamen, den Standard-Usernamen angeben, Passwort und so weiter. Man kann sagen, dass Mails zum Admin geschickt werden. Das ist zum Beispiel, wenn Kommentare in das Blog kommen, dass man per Mail benachrichtigt wird, wenn das ein neuer Kommentar da ist, als Beispiel. Man kann dem Blog eine E-Mail-Adresse geben, die als Absender fungiert. Und wie viele Einträge auf der Frontseite zu sehen sind, also alles, es ist alles sehr fein konfigurierbar. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein. Deswegen gehen wir kurz zurück auf die Simple Installation. Da muss man nur sagen, welche Datenbanken man nutzen wird. Ich habe jetzt keine Datenbanken zusätzlich installiert, also nehmen wir SQLite. Da braucht man dann noch nichts weiter konfigurieren. Der Admin-Username ist Dirk. Das Passwort ist auch Dirk. Und die Standardsprache auf Deutsch. Damit hat man eigentlich schon alles getan. Hier würde irgendwas rot oder gelb aufblinken, wenn was nicht funktionieren würde. Es scheint aber alles gut funktioniert zu haben. Und schon ist das Blog da. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, oder? Da hätte ich ein paar Locals noch installieren müssen. Das habe ich nicht getan. Also schlecht getestet, mein Fehler. Ich logge mich mal ein. So sieht das Backend aus. Man kann direkt einen neuen Eintrag verfassen. Hier wäre jetzt XHTML, das ist die Standardeinstellung. Wir werden gleich noch den TK-Editor installieren, um zu sehen, dass man auch so einen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor haben kann. Man kann bestehende Einträge bearbeiten. Es gibt natürlich noch keine bestehenden Einträge. Man kann Einträgen, Kategorien zuordnen. Man kann auch Tags vergeben, wenn man mag. Viele Leute benutzen keine Kategorien mehr. Ich schon. Viele Leute benutzen Tags. Ich auch. Jeder so, wie er will. Man kann Mediendaten hinzufügen, halt Bilder, wie man es so kennt. Man kann dann hinter dieser Mediendatenbank auch nachschauen, welche Bilder da sind. Diese vergrößern und verkleinern können. Diese ganzen Icons, die ihr seht, das sind Webfonds, die sich also damit auch technisch stufenlos vergrößern und verkleinern lassen. Man kann hier Verzeichnis verwalten. Kann man sagen, dass man innerhalb des Upload-Verzeichnisses neue Verzeichnisse anlegen möchte, um seine Mediendaten zu kategorisieren oder zu zuordnen, wenn man so will. Man kann hier bei Kommentaren die Kommentare editieren, als Spam markieren, wenn welche Kommentare da wären. Man kann den Spam-Schutz, den Standard-Spam-Schutz konfigurieren. Und da ist die Notfallblockade von Kommentaren vielleicht ganz wichtig. Wenn man merkt, dass man so einen Kommentarsturm bekommt, kann man hier einfach auf Ja klicken, dann kommen keine Kommentare mehr durch. Dann wird einfach direkt alles blockiert, was reinkommt. Ich habe es noch nie gebraucht, aber es wäre möglich, das so zu tun. Und verschiedene andere Einstellungen auch noch. Ich werde nicht auf alle Einstellungen einfach angehen. Die Konfiguration, das ist jetzt das, was ihr gerade schon in der Expertenkonfiguration gesehen habt, kann man hier einfach auch sagen, dass man es hier nochmal nachträglich konfigurieren möchte. Also alles, was man am Anfang nicht konfiguriert hat, kann man hier nachträglich in jedem Fall noch konfigurieren, wenn man will. Und Teams gibt es natürlich auch. Netzwerkprobleme. Okay, ich versuche mal hier noch Netz zu bekommen. Ah, ich habe Spartacus noch gar nicht aktiviert. Vielleicht sollte ich das erst mal tun. Dann geht es hier auch gleich zu den Plugins. Hier seht ihr die Plugins. Die kann man sagen, wo die auf dem Frontend erscheinen wollen. Entweder links versteckt heißt, dass sie installiert sind, aber nicht benutzt werden. Oder auf der rechten Seite das Theme, was wir derzeit haben. Das ist, glaube ich, nur ein zweispaltiges Theme. Von daher spielt die Rolle links, spielt das Thema links gar keine Rolle. Ja, das ist nur ein zweispaltiges Theme. Und die kann man hier verschieben, so wie man es kennt. Oder auch konfigurieren. So wie man es halt von anderen Sachen auch kennt. Das ist ja jetzt keine große Kunst. Man kann, ihr seht hier auch die Ereignis-Plugins. Aktiv, inaktiv, welche hier installiert sind, welche nicht. Können wir hier ein weiteres Ereignis-Plugin installieren. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich habe gar kein Netz. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich hätte auch gedacht, dass ich im WLAN bin. Anscheinend nicht. Nextcloud ist verbunden. Ja. 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 Nein, ist es nicht. Tut mir leid. Das trifft mich jetzt gerade unerwartet. Ich nehme das WLAN hier und nehme das hier nochmal raus. Jetzt hat das doch geladen. Jetzt hat das doch geladen. Ja. Aber die WM kann anscheinend nicht raus. Das ist mein Block, sehr minimalistisch, wie ihr seht. Das seht ihr dann auch schon ein bisschen mehr, dass auch wirklich Kommentare drin sind, wie man hier mit Kommentaren umgehen kann in dem Block, dass man direkt draufklicken kann und bei dem eigentlichen Kommentar liegt. Man kann es hier... Hallo? Wenn man hier diesen Daumen nach unten nimmt, dann wird es als Spam markiert. Man kann den Kommentar editieren, wenn man möchte. Man kann hier aus dem Backend auch Kommentare beantworten. Hier sieht man die Artikel, die in Vorbereitung sind, also quasi Draftartikel, Entwürfe. Bei den Plugins ist eine Menge mehr zu sehen, wenn man das Spartacus-Plugin installiert hat. Hier kann man die ganzen Plugins sehen, die in meinem Block installiert sind. Und auch Sachen selber noch installieren. Das sollte jetzt ja funktionieren. 173 Plugins gibt es insgesamt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es pro Aufgabe nur ein Plugin gibt, dann werden hier schon eine Menge Aufgaben mit diesen Plugins gelöst. Also es gibt ein Plugin für Podcasts. Was ich sehr schade finde, ist, dass es nicht so toll ist, wie ich mir das gerne erwarten würde. Ich weiß von Radio Tux, dass es zum Beispiel das Podcast-Plugin sehr intensiv nutzt. Mein alter Podcast hat auch, bitte? Sind ja die einzigen Blog-Anträge, die er macht. Sind die einzigen Blog-Anträge, die er macht, genau. Es gibt verschiedene Spam-Schutz-Plugins, Recapture, wenn man Spam-Schutz einschalten möchte und den User noch was eingeben lassen möchte. Das kennt ihr alle. Es gibt Editor-Möglichkeiten. Es gibt verschiedene What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren. Der CK-Editor ist der Standard. Editor-Editor, den ich gar nicht benutze. Dann können wir mal eben installieren. Kann man dann auch sagen, wo die Plugins zu finden sind und wie man es konfiguriert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau funktioniert. Erweiterter Eintrag. Das tut mir leid. Ich habe mich jetzt ein kleines bisschen aus dem Konzept geworfen. Hier unten, das war deine Frage gerade, Markus. Kann man noch einstellen, dass mit welchem Plugin der Artikel gerendert wird? Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie man diesen Editor einschaltet. Gute Vorbereitung, tut mir leid. Ach, ja, natürlich. Das ist eine User-Einstellung, die man dann eben konfigurieren muss. Was you see is what you get editor verwenden, ja. Und es funktioniert nicht. Na, super. Ja, sorry. Das tut mir leid. Das ist doof gelaufen. Aber Themes kann ich noch zeigen. Im Backhand kann man sich halt auch nur die Themes aussuchen. Die sind relativ leicht zu konfigurieren, indem man hier sagt, was das können soll. Ich habe oben in der Leiste ein Menü eingebaut, dass man hier, also das hier oben, das kann man halt konfigurieren im Theme, wenn es das Theme unterstützt. Das ist das hier oben. Es gibt hier Einträge, welche Links hinter diesen Einträgen stecken. Andere Themes unterstützen sowas nicht. Man kann das Backhand auswählen, falls das Theme ein eigenes Backhand-Theme mit sich bringt. Es gibt empfohlene Themes, sind die, die responsiv sind. Es gibt Cleanblock, Next, Photo, Skeleton, eins, was auf Skeleton basiert und Timeline. Und das war es für die responsiven Themes leider schon. Mehr gibt es da noch leider nicht. Dann gibt es aber noch einen Haufen Altra-Themes, die nicht responsiv sind. Aber, wie schon gesagt, nicht so viele wie bei WordPress. Lange nicht so viele wie bei WordPress. Und in der heutigen Zeit möchte man gerne responsive Themes haben, die auch auf Mobile Devices relativ gut aussehen. Genau. Ja? Woran erkennt ich denn, ob ein Theme responsiv ist? Gar nicht. Das musst du installieren oder hier eventuell in die Informationen gucken. In dieser Übersicht erkennst du es gar nicht. Tatsächlich musst du es installieren. Die Frage war, woran man erkennt, ob ein Theme responsiv ist. Man erkennt es halt gar nichts, außer, dass man es installiert oder in die Informationen guckt, was der Autor dazu geschrieben hat. Da steht auch drin, ob es eine angepasste Admin-Oberfläche gibt oder nicht. Sind dazu Fragen soweit? Dann gibt es noch einige wenige Blogs, die ich gerne zeigen möchte. Das eine ist der Shop-Blogger. Der Shop-Blogger hat rund 30.000 Artikel in seinem Blog. Das zeigt dann irgendwie auch, dass das performant laufen kann mit sehr vielen Artikeln. Das ist nicht der kleinen Auflösung geschuldet. Dass das ein bisschen Wartstück wirkt. Der Host-Blogger, den habe ich schon angesprochen. Das ist halt der Manuel Schmidt, der auch sagt, dass er S9Y für ein reines Blog empfehlen würde. Es gibt About S9Y, das ist ein Community-Projekt, wo zwischenzeitlich mal Plug-ins vorgestellt werden, die nicht so bekannt sind. Oder darauf hingewiesen wird, dass es eine neue Version gibt. Und ihr seht, die letzte Version ist von April dieses Jahres. Yellowletts ist einer der Artikel. Der hat auch ein eigenes Theme geschrieben. Der macht sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel im Design-Bereich. Den kann man auch fragen, wenn man ein eigenes Design haben möchte. Aber der lässt sich dann auch bezahlen. Das ist dann nicht gratis. Der arbeitet als Frontend-Design. Das ist ein anderer Podcast. S9Y Info-Camp ist ein Podcast über Serendipity, wo man sich reinhören kann, wenn man ein bisschen Hintergründe erfahren möchte. Was von dem selbsternannten Evangelisten, Serendipity-Evangelisten Robert Lender gemacht wird, zusammen mit dem Matthias Mees, dem Entwickler Yellowlet, den ihr vorher gesehen habt. Das ist das von Robert Lender. Der ist in Österreich. Das ist auch ein Custom-Theme. Also Serendipity kann auch anders aussehen, als so die Standard-Themes hergeben. Wollte ich damit zeigen. Und mal was ganz anderes. Das ist auch ein Spiel-Theme. Das ist das Standard-Theme 2K11, was derjenige, der das Blog betreibt, einfach leicht angepasst hat. Das ist relativ gut möglich. Das habe ich schon kurz angesprochen. Es gibt ein relativ kleines Team rund um Gavin Hicking. Das ist der, in Anführungsstrichen, Chefentwickler. Bis auf einen sind alle Deutsch-Muttersprachler. Das heißt, man kommt auch mit der deutschen Sprache da relativ gut weiter. Man muss es halt nicht für sich selber übersetzen. Wenn man nicht so fit ist in Englisch, das ist gar kein Problem. Hauptsprache im Forum ist Englisch, aber es gibt ein deutschsprachiges Forum, wo alle deutschsprachigen Fragen gestellt werden können. Das ist schon angesprochen, das GitHub-Projekt. GitHub.com-s9y, dann findet ihr alles zu Serendipity. Alle Plugins findet ihr in Additional-Plugins. Man kann also mit der Entwickler-Version fahren. Das mache ich mit meinem Blog. Alle Themes findet man in Additional-Themes. Und die eigentliche Blog-Software findet man in Serendipity. Das ist so, wie ich das installierte habe, direkt raus geht. Und es funktioniert problemlos. Das ist schon ein angesprochene Blog. Der deutsche Teil des Forums ist ungefähr hier. Das passte leider nicht mal mit auf die Seite. Ich habe initiiert, dass wir einmal im Jahr ein Camp im Linux-Hotel machen. Da sind Entwickler und Gäste willkommen, wenn ihr Interesse daran habt, mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen. In der Regel im Oktober startet ein Aufruf mit einem Doodle, zu welchem Termin wir das machen. Da sind alle Leute willkommen, die gerne teilnehmen wollen. Man muss kein Entwickler sein. Man kann auch gerne als User kommen. Wir hatten beim ersten Treffen auch eine Userin dabei, die einfach mal dabei sein wollte, die ein paar Fragen gestellt hat. Das machen wir sehr gerne. Und das Linux-Hotel ist eine der besten Locations für sowas. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der schon mal da war. Ja, eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Gibt es eine Lösung, um Offline-Artikel zu schreiben, die ich will auch in der S-U-Fälle, weil ich habe das Problem, die in der Basis sind, aber das ist, wenn man in der S-U-Fälle zu schreiben, was man rüberprobieren muss. Ich habe auch, um das S-U-Fälle zu schreiben, dann hätte ich einen Index mehr in meinem Blog. Also die Frage war, ob es eine Möglichkeit gibt, Offline-Artikel zu schreiben und die dann zu publizieren. Wenn man mobil unterwegs ist, hat man nicht immer eine Internetverbindung und kann es nicht direkt im Blog pflegen. Gibt es über Umwege? Wir haben ein XML-RPC-Plugin, was kompatibel zu WordPress ist. Und WordPress bietet eine App an, mit der man Sachen Offline schreiben kann. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, das von dir schon genannte Offline-Artikel im Texteditor zu schreiben und dann rüber zu kopieren. Suboptimal ist aber auch ein Weg. Also ich habe ein Android-Tablet und könnte das zum Beispiel mit der WordPress-App für Android machen. Das geht. Gerne. Sonst noch Fragen? Ja? Wie häufig hat man das Erlebnis mit einem neuen Plugin, dass man das anschließend wieder deinstallieren muss? Wie ist die Qualität der Plugin zurzeit gemeint? Die Qualität ist gut. Es gibt nicht so viele neue Plugins. Das liegt einfach auch daran, dass wir sagen, dass wir gemäß Unix, wie es so viele machen, One-Task-One-Tool. Wir haben ein Plugin, was eine bestimmte Aufgabe hat. Und wenn es neue Anforderungen an diese Aufgabe gibt, dann versuchen wir es ins bestehende Plugin zu integrieren. Es ist sehr selten so, dass ein Plugin kaputt geht. Und wenn, kann man halt über das Forum beispielsweise oder über den Issue-Tracker von GitHub die Entwickler kontaktieren und sagen, da läuft was falsch. Und wenn bekannt ist, woran es liegt, ist es sehr fix relativ schnell. Das Team ist sehr fix. Klein, aber sehr fix. Und wenn ich das richtig verstehe, bedient sich Spartacus auch an diesem Git-Repo? Genau. Also die Frage war, wenn er das richtig versteht, bedient sich Spartacus an dem Git-Repo? Das ist soweit richtig. Es gibt noch eine Möglichkeit, sich die Sachen von SourceForge runterzuladen. Das ist historisch auch noch in der Spartacus-Einstellung drin, dass SourceForge kontaktiert wird. Aber unsere Empfehlung ist, GitHub zu benutzen, weil das unsere aktivste Plattform ist. Wir pflegen das andere nur aus Backward-Compatibility-Gründen, dass Leute, die sich nicht so sehr um den Block kümmern, immer noch darauf zugreifen können. Sind es sonst noch Fragen? Ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren. Danke, dass ihr euch das angucken wollt. Es tut mir leid, dass die Live-Demo baden gegangen ist. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Hätte ich besser testen müssen. Tut mir leid. Applaus Vielen Dank. Applaus